Hi, ich bin Nia Künzer. Gemeinsam mit Peter Krossmann habe ich dieses Buch geschrieben. Fortuna Girls heißt es. Darin geht es um starke Mädchen, Freundschaft und natürlich um Fußball. Deswegen habe ich euch auch ein paar Tricks rausgesucht. Erkläre sie euch, mache sie vor. Gemeinsam mit Chiara. Schaut es euch an, habt Spaß dabei. Wir zeigen euch jetzt den Sohlentrick. Im Zweikampf. Den Ball mit der Sohle zurückziehen, mit der Innenseite rum und weg seid ihr. Chiara, hast gesehen wie es geht? Jetzt macht sie es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.